Moin! Die Leute, die unseren Kanal schon seit ein paar Videos, denke ich mal, verfolgen, werden diesen Kühler ja sicher kennen. Gut, der sieht jetzt ein bisschen aus meiner gebastelt aus, weil ja hier den Lüfter fehlt, der liegt hier. Das ist der Kühler zu einer Radeon Airwix 5700 XT. So, warum habe ich den Kühler hier? Wir haben ja schon mal den Arctic Accelero Xtreme 4 auf die 5700 XT raufgebaut und haben da schon deutlich bessere Temperaturen gesehen. Ich wollte das Ganze jetzt mal ein Stück weiter treiben und ja, ich stelle diesen Karton mal beiseite und dann könnt ihr auch schon sehen, was wir hier gemacht haben. Wir haben ein NZXT Kraken G10 Bracket genommen. Das ist quasi eine Halterung, mit der man Ace Attack All-in-One Wasserkühlung, wie zum Beispiel die EVGA oder zum Beispiel auch die NZXT natürlich, auf deiner Grafikkarte montieren kann und so erhält man deutlich bessere Temperaturen. Wir haben das hier bei der 5700 XT auch gemacht. Das Bracket liegt bei etwa 30 Euro plus eine All-in-One oder wer es noch rumliegen hat. Ältere Modelle gehen da nämlich auch. Es gibt auch eine neuere Version davon, die G12. Die hat eine etwas vereinfachte Montage. Das ist hier noch ein bisschen umständlich. Ich werde auch das nochmal einblenden, wie wir das Ganze montiert haben. Das ist aber bei der hier relativ, wie gesagt, kompliziert und deswegen würde ich eher dieses G12 empfehlen. Das passt auch und liegt auch ungefähr bei 30 Euro plus minus ein bisschen was, je nachdem, bei welchem Shop ihr dann schaut. Dazu eine Kraken X60. Die ist auch schon ein bisschen älter, aber ich habe ja gesagt, wenn ihr zum Beispiel noch eine alte All-in-One rumfliegen habt und eure Grafikkarte ist in Luft gekühlt, dann ist das eine super Möglichkeit, um eure Grafikkarte deutlich besser zu kühlen. Ja, ich werde euch jetzt erstmal in Zusammenbau einblenden und danach werden wir mal schauen, wie warm das Ding dann genau wird. Ja, bis gleich! 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 Ja, wer unser Video gesehen hat zum Accelerator, wird sich erinnern, dass wir mit dem ungefähr 60 Grad erreicht haben, was schon auf jeden Fall deutlich besser ist, dass der Referenzkühler mit 86 Grad und die Hotspan-Temperatur wurde auch nochmal deutlich reduziert, das heißt von etwa 106 Grad auf Mitte 80 ungefähr. Ja, mit dem Ding hatten wir in Battlefield 5 42 Grad. Also das ist dann schon nochmal eine Verbesserung um etwa 20 Grad. Das liegt natürlich daran, dass einfach eine All-in-One die Wärme deutlich besser von der Grafikkarte wegführen kann. Bei der CPU funktioniert das nicht ganz so gut, aber da wir hier direkten Kontakt auf dem Dye haben, ist das hier relativ einfach und die Kühlleistung steigt nochmal enorm. Das sieht man auch bei Wasserkühlern, also wenn ihr eine Custom-Wasserkühlung habt, dann funktioniert die auch deutlich besser auf einer Grafikkarte als auf einer CPU. Das heißt, da lohnt es sich wirklich richtig. Bei der CPU, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Kann man natürlich auch machen, aber auf der Grafikkarte funktioniert das Ganze am besten. Natürlich gibt es hier auch zum Beispiel eine Option von Arctic Cooling, bzw. heißen sie jetzt Arctic, wo hier auch noch eine Backplate für die Kühlung drauf ist. Das würde ich euch auf jeden Fall eher empfehlen als diese Methode, denn wir haben auch schon in unserem Take gerade gesehen, dass die Speichertemperatur vom GDDR6 relativ hoch steigt. Also teilweise, wir haben jetzt mal im Extremfall 90 Grad und mehr gehabt. Das ist schon nicht mehr gut, weil die T-Junction-Temperatur vom GDDR6-Speicher liegt bei 95 Grad, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist da schon unangenehm nah dran. Mit dieser Backplate-Kühlung von Arctic funktioniert das Ganze deutlich besser. Die haben ein ähnliches Kit, allerdings ist bei denen schon eine All-in-One dabei. Das heißt, das ist ein bisschen teurer als das hier für 30 Euro. Das liegt dann bei etwa 80 bis 100 Euro, je nachdem welche Variante ihr nehmt. Denn da gibt es eine 120er und eine 140er Variante. Empfehlen würde ich euch natürlich die 140er, wenn ihr den Lüfterplatz dafür frei habt. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben das Ding nochmal auseinander geschraubt und Flüssigmetall drauf gemacht. Und ja, wir schauen uns gleich mal die Temperaturen an, wie sie jetzt aussehen. Denn man weiß ja, Flüssigmetall bringt oft nochmal ein ganzes Stück bessere Temperaturen. Und genau deswegen bauen wir jetzt die Karte mal ein. Und ich bin mal gespannt, ob wir denn nochmal runter kommen von den 42 Grad auf vielleicht sogar unter 40. So, wir haben das Ganze jetzt mal eingebaut und wir sehen schon, das Ganze läuft. auch mit dem Lüfter für die Spannungswandler. Und wenn wir jetzt mal runter schauen an den Schläuchen, da hängt da der 280er Radiator dran. Mit den beiden NZXT-Lüftern. Und wir haben auch schon Battlefield gestartet, das lief jetzt schon etwa 5 Minuten. Und wir sehen, die Temperaturen sehen wirklich, wirklich gut aus. Wir sind jetzt hier bei den Standardeinstellungen. Das heißt, ja, 180 Watt TDP bzw. 180 Watt von der GPU aus wird gezogen maximal. Und wir haben 37 bzw. 38 Grad bei 60 Grad Hotspot-Temperatur. Das ist natürlich normal. Wir wissen ja, Hotspot-Temperatur liegt etwa immer 20 Grad drüber oder 21, 22 sind es hier. Darunter haben wir die Speichertemperatur bzw. Speicherfrequenz. Nun, da sehen wir auch schon das Problem bei dem Kühler. Wir haben hier, obwohl wir hinten dran einen 140er Lüfter platziert haben, der die Speicher kühlen soll, immer noch 74 Grad Speichertemperatur. Wenn wir jetzt den Lüfter wegnehmen würden, dann hätten wir deutlich über 80. Und das ist auf Dauer nicht wirklich empfehlenswert. Aber wir können auch sehen, dass die VRM-Temperaturen, das heißt für die Stromversorgung, die sind okay. Also wir sind hier bei 60 Grad maximal. Und das liegt einfach daran, dass wir hier einfach einen 90 Millimeter Lüfter haben, der darüber bläst. Was wir jetzt mal kurz machen werden, wir werden einfach mal das Power Limit aufziehen und mal sehen, wie sich da die Temperaturen verhalten. Ein cooles Detail zu sehen ist auch noch die Taktraten. Die bewegen sich hier bei 1950 MHz bzw. zwischen 1930 und 1980, was wirklich schon eine Menge ist für Standard Power Limit. Und wir sehen schon mit dem aufgezogenen Power Limit, also 50%, sind wir trotzdem noch unter 200 Watt, weil Battlefield 5 einfach in dem Szenario nicht besonders fordernd ist. Also in WQHD und maximalen Details. Aber wir haben trotzdem 2 GHz fast konstant. Das liegt natürlich auch an der niedrigen GPU-Temperatur. Klar, der Hotspot ist jetzt nicht ganz so toll, allerdings immer noch im Rahmen. Wenn ich jetzt allerdings mal eine fordernde Applikation öffne, wie ich es zum Beispiel vor mag, dann sehen wir, dass das Ganze auch anders laufen kann. Denn hier sehen wir, die GPU-Temperatur steigt zwar nicht besonders, allerdings verändert sich der Hotspot wirklich stark. Wir haben hier trotzdem noch, obwohl wir hier nur eine GPU-Temperatur von 40 Grad haben, einen Hotspot von 76, 77 Grad. Und es wird auch noch über die Zeiten ein Stückchen mehr. Und wir können auch sehen, der Speicher wird immer wärmer. Das ist so ein bisschen das Problem bei Navi. Der GDDR6-Speicher braucht wirklich viel Kühlung und kann mit diesem Kühler auch nicht besonders kühl gehalten werden. Ich muss jetzt dann bei 90 Grad, werde ich auch den Test abbrechen, denn das ist mir einfach persönlich zu warm. Und ja, aber wir sehen hier, die Kühlung arbeitet trotzdem wirklich sehr gut. Wir haben hier lediglich 43 Grad nach einer Minute ungefähr. Das steigt auch nicht mehr wirklich an. Also wir werden ungefähr bei 45 Grad landen und das bei 80 Grad Hotspot, was auch noch akzeptabel ist. Da sind wir mit dem Accelro auch ein bisschen höher gewesen. Allerdings haben wir, wie gesagt, eine Differenz von 37 Grad, was schon wirklich sehr, sehr viel ist. Abschließend zu unserem kleinen Experiment mit der All-in-One-Wasserkühlung und flüssigem Metall kann man sagen, ja, die Kühlleistung auf dem Kern ist deutlich besser. Also wir haben hier wirklich extrem gute Temperaturen erreicht. Unter 40 Grad, das ist wirklich beeindruckend. Und selbst mit 270 Watt dann noch unter 50 Grad. Das ist echt super. Allerdings haben wir eben die Temperaturprobleme. Durch die 7-Nanometer-Fertigung ist eben ein Sensor bzw. der GPU-Hotspot relativ warm und das Ganze lässt sich eben nicht vermeiden bei so einem kleinen Grafikchip. Das lässt sich einfach nicht mehr besonders gut kühlen. Haben wir ja schon bei Intel CPUs zum Beispiel gesehen und bei AMD CPUs wird das Ganze auch immer schwieriger. Da wird sich in der Zukunft auch nicht viel mehr tun bzw. wird es nicht einfacher werden, außer es gibt irgendeine Technik, die das Ganze extrem positiv beeinflusst. Zu unserem Kühlkonstrukt muss ich allerdings sagen, das NZXT Bracket funktioniert nicht ganz so gut wie die Arctic Kühler. Wenn ihr wirklich sowas machen wollt mit eurer Radeon, dann würde ich euch wirklich empfehlen, nehmt das Arctic Produkt, also den Arctic Accelero Hybrid müsste das sein, 120 oder 140. Da habt ihr dann auf der Rückseite eine Kühlplatte bzw. eine Backplate mit abstehenden Finnen. Da habt ihr da zwar manchmal Probleme mit den Mainboards, da müsst ihr aufpassen, ob ihr da vielleicht nicht den unteren Slot nutzen müsst oder ob ihr da genug Platz habt. Und ja, da habt ihr eine deutlich bessere Kühlung für den Speicher vor allem, weil das ist auch ein großes Problem bei Navi. GDDR6-Speicher wird generell sehr, sehr warm. Das haben wir auch schon bei den Referenz-Touring-Karten gesehen, dass der Speicher da manchmal wirklich extreme Probleme gemacht hat, weil er einfach sehr, sehr warm geworden ist. Und anders wird es ja auch nicht sein. Genauso mit dem Referenz-Kühler sind wir ja auch an die 90 Grad beim Speicher gestoßen und das ist keine wirklich komfortable Temperatur mehr dafür. Aber alles in allem würde ich sagen, ein relativ mehr oder weniger erfolgreiches Ergebnis. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen, dieser kleinen Zusatz-Modding, sag ich mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.